Giovannis Trading Chancen am Dienstag, 4. Juni. Glückwunsch an die Shorts gestern in der Infineon und natürlich auch an den Long im Euro-Yen. Ja, ansonsten auch heute wieder ein DAX-Ausblick für euch, ein Trade-Gelegenheiten in den Devisen und natürlich die ein oder andere Aktie hier auf der Watch. Schaut euch das kostenlose Video an, wie immer erhaltet ihr es, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert. Bis zum nächsten Mal.